Es ist so super. Ah, da wird es höher fütter. Gut. So. Okay, wir müssen uns echt beeilen. Ich fette jetzt erstmal das Pferd in den Schall. Schall, ne? In den Pferdeschall. Kennt ihr ja, ne? Das ist das sogenannte Pferdeschall. Ist das das? Nein, wo ist denn der? Der ist das da. Das ist der Pferdeschall. So. Der Lobotomier. Zack. So. Und jetzt. Ja. Ich bin der ganz schlaue Mensch. So. Jetzt machen wir wieder Gamer. Und wir bauen ein Haus. Einfaches, kleines Haus. Und wir bauen es direkt dorthin. Gehen dann dorthin. Kann ich da schon was? Nee. Sehr schön. Wie war das? Holzstamm. Ja, gut. In dem Fall werden wir den wohl hierher bekommen. Da sollte genug da sein. Holzstamm. Kann man so sagen. Was vielleicht noch dann fehlt, ist Orientierung? Klar. Wo ist mein angefangenes Haus da? E. Wand mit Tür. Holz, Stein. Stein. Wand mit Fenster. Steinwand. Und es ist schon ein bisschen... Ja. Und hier ist ein bisschen ... ... ... ... ... ... Äh, weiter? Nein. Oh, normal, haben wir alles. So. Fast fertig. Ja. Steinwand. Lass mich raten. Brett. Ist das mit einmal erledigt oder brauchen wir doch mehr? Ich weiß es nicht mehr. Es fehlen noch Bretter. Wir brauchen Bretter. So, müssen wir da drin noch irgendwas machen? Und wo ist die Tür? Ich sag nicht, ich hab die Tür, ey. Ist da. Ist ja sonst noch was? Gut. Also wir brauchen jetzt nur noch ein paar Bretter. Ich glaub, wir haben direkt hier... Geh mal kurz weg. Danke. Ja. Mhm. Entschuldigung. So. Na mein Dach. Das sind schon viele Bretter, ne? Oh, ich merke gerade, ich bin auch gerade am Verracken. Ähm, hab ich was? Natürlich nicht. So, aber egal. Ich möchte hier auf jeden Fall noch zuordnen. Und... So. Dann... Verwalten. Ja, ja. Und... Jawoll. Dann verwalten wir das noch. Was ist das? Das kommt ja alles. Mhm. Ja, die sind ja gleich wieder glücklich. Ist super. So. Was machen die jetzt? Spitzhacke haben wir ein paar? Gut. Ähm. Das ist nicht viel. Haben wir schon Eisen? Ist schon welches da? Und warte mal. Okay. Mhm. Das ist natürlich dann blöd. Kalkstein. Kriegen wir den irgendwo her? Warte. Haben wir Kalkstein? Haben wir Kalkstein? Ähm. Zack. KKK. KKK. Kalkstein haben wir. Nehmen wir. Und dann können wir das Steinhaus gerade weiter verputzen. Wo ist das, was ich jetzt hier gebaut habe? Ich bin... Mhm. Wo ist mein neues Steinhaus hier? Ob das reicht? Ja, verputzter Kalkstein. Das Beste auf dem Markt. Oh, ich habe immer noch nichts getrunken und nichts gegessen. Ich würde sagen... Wir trinken. Ich würde sagen... Ähm... Wie sieht es denn jetzt aus? Jetzt dürfte doch alles wieder halbwegs... Ja, dem geht es nicht gut. Das macht aber nichts. Dem geht es gleich besser. So, dann essen wir... noch ein bisschen von dem bald schlechten Kohl. Mhm. Das Bestes. Das Bestes habe ich gerade gesagt. Das habe ich gesagt. Das war auch richtig. Ja, so habe ich es auch gemeint. Mhm. Ich muss gerade mal gucken, wer Kalkstein überhaupt herstellt. Also ich meine, ich weiß, wer das wohl macht. Aber ich weiß nicht, ob sie es richtig machen. Lass mich warten. Ja, das reicht natürlich nicht. Ja. Mhm. Mhm. Und außerdem wird auch jetzt nicht mehr gearbeitet. Naja. Naja, das ist aber nicht schlimm. Ich gucke schnell mal in meinem Lager. In einem meiner beiden Lager. Da sind es drei. Oh Gott, ich finde nichts mehr. Hier ist Lager. Hier ist... Hier ist Scheune. Hier ist Lager. Hier ist Scheune. Hier ist Lager. Äh, mach mal den... Mach mal den... Mach mal den... Mach mal den Dings weg. Äh, haben wir... Ähm... Kalkstein. Ne, Quatsch. Auch wir Eisen haben. Al... Boah, ist das sexy. Nein, nicht schon wieder. Ich will kein Brennholz. Oh, Mann. Brennholz wieder zurück, bitte. Und jetzt Eisenerz zu mir. Jetzt gucken wir mal, wie viel Eisenerz wir zum Einschmelzen brauchen. Und dann... Boah, ist das gut. Ich kann Eisenerz. Eisenbahnen. Oh, das ist nicht viel. Ich habe zwei Eisenbahnen. Achso, ich könnte ja gerade nochmal... Das könnte ich ja sowieso machen. Zack. So geht das. Na, genau so sieht das aus. Nein. Wir machen jetzt nochmal Kupferbarren. Und... Nein, nicht ein. Immerhin. Okay. So, ich habe eine weitere Sache. Ich gucke mal hier. Verwaltung. Das da. Wie sieht es aus? Äh, cool. Da. Ist das cool? Pflanzenwachstum. Super. Super. Besser geht es doch gar nicht. Okay. Dann... Achso, ja genau. Was mache ich denn? Habe ich überhaupt schon... Oha. Eisenwerkzeuge. Eisenwerkzeuge. Ich habe noch nichts freigeschaltet. Was? Ne, was will ich denn machen? Ähm... Ach Gott, Hilfe. Ich brauche dafür alles. Ich muss... Ich mache mal Eisenmesser. Wir kaufen erstmal. Mhm. Alles kaufen. Das würde auch gehen. Das würde gehen. Hufeisen. Hufeisen. Hm, Hammer. Ne, komm, wir machen einfach mal ein Eisenmesser. Wow. Ich habe ein Eisenmesser. Ist das toll. So, okay. Achso, ne, komm, wenn wir gerade am kaufen sind. Kupferwerkzeuge. Alles gekauft. Kupferwaffen. Brauche ich nicht. Bronzewerkzeuge. Alles kaufen. Wenn wir was haben, dann ist es Geld. Hier haben wir alles. Oh, wir können Eisenpfeile machen demnächst. Aber das ist, glaube ich, Verschwendung. So, schnell nochmal gucken. Äh, ne, Verwaltung. Erstmal das hier. Mit euch. Alles in Ordnung. Denen geht es langsam besser. Super. Ja, Bergarbeiter. Gut. Ähm, da. Häuser. Können wir wegmachen. So, Gewinnung ist alles gut. Landwirtschaft. Ja, haben wir keine Leute. Ist richtig. Dienstleistung. Ach man, was fehlt dem jetzt? Der hat nichts mehr. Der hat gar nichts mehr. Was kann denn der verkaufen? Wir kriegen ganz viel Kohl. Ist ja egal. Ne, wir kriegen auch Karotte. Och, Gott Hilfe. Ich bin doof. Wo war das Fischfilet? Ja, jetzt hat er wieder, ne? Er hat einfach nur keinen Eintopf mehr. Es ist so blöd. Wieso habe ich so viel Honigwabe? Ach, ich habe ja einen Bienenstock. Lass mal ganz schnell was gucken. Ich habe... Hier, Essen. Ich habe noch ziemlich viel Kohl. Der nicht mehr fit ist. Der muss weg. Das war alles? Ja, ist nicht mehr? Ne. So, der Kohl muss weg. So, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ich schaue schnell mal nach den Holzschalen. Ja, komm. Geht mal erstmal her. Die drei lassen wir noch. Dann schauen wir... Oh Gott, es wird dunkel. Was in diese Tageszeit ganz normal ist. Haben wir denn da irgendwas, was auch bald schlecht wird? Die sind alle top, top, top. Alles super, 100%. Das heißt also, wir können im Prinzip... Ach, wir haben noch genug Kohlsuppe und alles. Verkaufen können wir nichts mehr. Wir haben genug Zwiebeln. Warum haben wir so viele Zwiebeln? Wo ist die Küche? Ja, ist ja gut, ich wollte dich nicht umhauen. Du bist keine Küche. Du bist eine Küche. Suppen. Geht irgendwas? Kohlsuppe geht. So, dann würde ich sagen... Machen wir das nochmal komplett. Woran liegt's? Es liegt am Fleisch. Das sind nur die beiden Beeren. Sonst irgendwas, was wir machen können. Wir kaufen jetzt erstmal. Ich will jetzt alles haben. Ach, geht noch gar nicht. Nicht genügend Technologie. Okay. Mhm. 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 Mhm.